Was ist denn, Cortana? Da ist ja nie Video drin Gibt's denn? Hallo Twitch, hallo YouTube, hallo TikTok Hallo Facebook Gaming, hallo... Was gibt's noch? Mixer, ne Mixer existiert nicht mehr TikTok live Pornhub Hallo Twitch Ähm, wie heißt das hier? YouNow, gibt's das noch? Gibt's noch YouNow? YouNow? Save Obwohl, ich glaube, das war für Insta komplett abgelöst Die machen wieder Quatsch hier, ne? Ja, aber es gab doch noch so ne, äh, was weiß ich Irgendwie vor 6-10 Jahren kam da noch ne andere Videoplattform, wo da auch ein, zwei YouTuber drüber gesetzt sind Meinst du hier, äh, ja? Ne, das ist was anderes Ähm Ja, boah, ja stimmt, da hat ja auch GLP, glaub ich, mal angefahren dann Wie hieß die Scheiße? Eier, so ist es eine gute Frage, vielleicht fällt's mir ja mitten im Rennen ein Äh, ja, bitte nicht einfach so... Da schreie ich rum, was nämlich jetzt heißt Es ist doch heiß das übrigens So, mach ich dann, in der Kurve Bitte nicht Ne, okay, mach ich nicht Oh mein Gott, er erzählt's live nach Jahren wieder Mensch, freu ich mich Erstmal da reingehen und supportern Facebook Watcher hieß das nicht With me! Ne, With me? Glaub ich Glaub ich so muss Reifen zu schauen, drei Mediums, das siehste? Also ja, stimmt, renn nur ein, wie du musst dat denn? Ahhhh Oh Gott Ja, jetzt machen wir dann die gleiche Strategie wie... ...letztes Mal Na, für so gibt der eh erst die Runde auf Man, mich für, ist doch nicht auf, dass auf einmal wer Pace entwickelt und der informiert ist, ohne wenn... Der wird, der wird ja wohl wir auf Soundbugs haben Ne, heute wahrscheinlich nicht Jetzt, wo es auf was... Jetzt, wo es drauf ankommt Jetzt nicht Also ich wünsch ihnen das nicht Ahhhh Also ich wünsch ihnen das schon Ach Ach, ich hab doch keine Ahnung So gewinnt man keinen wählen Wow Ja, Entschuldigung, alles Entschuldigung Äh, schwach an dem Setup, ja, hört sich super an Trocken? Okay Heiß ist ja wirklich trocken Ähm Gut, raus hier Sieht das nicht nach Regen aus Ich denke Also 10% Wahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich Ne, hört man nicht Ne, hört man nicht Weil das RS einfach, äh Ordentlich wie cool hat Und die Reifen geben ja auch so schnell auf, dass sich zwei Runden lohnt Also zwei, ja, hier Das heißt, was ich mein Momentan ist es ruhig auf der Strecke Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren So, ich muss sich ja eh fahren lassen Ich muss den Schloss HD-O-Raus machen Das läuft nicht sonst Ich liebe es Danke Knoten Päauen Knoten Kappel Päauen 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 und dann schauen wir es einfach mal kurz an, Aber wir haben viele Leute, Die Anmeldungen sind nicht so schön, aber ich habe eine Anmeldung auf die Anmeldung. Die Anmeldungen sind sehr gut, Wir haben hier auch noch keinen Anmeldungen. Ich habe heute einen Anmeldungen. Ich habe jetzt auch ein Anmeldungen. Ich habe heute einen Anmeldungen, in dem ich den Anmeldungen, die Anmeldungen zu vertreten. Untertitelung. BR 2018 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 Achtung, der Wagen fährt aus. Untertitelung. BR 2018 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 Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, fahr an die Box und wir prüfen die Einstellungen. Übersteuern bedeutet, dass die Hinterreifen vor den Vorderreifen den Grip verlieren. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Eine leichte Anpassung mit negativen Sturz oder Vorspur kann ebenfalls hilfreich sein. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Das ist ein Halbord, da ist Maurice, Kyokies Kyokies ist, äh, tot So, ich heu jetzt raus So, ich heu jetzt. Vielen Dank. 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 Also, ich hätte eine 1,28,5 schaffen können. Ach, scheiße. Ja, egal. Ja, das Rennen ist noch, da kommt es jetzt drauf an. Ja, ich bin kurz weg und heute. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin kurz. Ja, ich bin kurz. Ja, ich bin kurz. Ich bin kurz. Das kann ich auch überlegen Ich starte rechts, ey, das ist richtig scheiße. Dann schieß ich schon wieder dich ab. Geh weg. Lisa weiß ich ja, wie ich die Kohle nicht nehmen sollte. Ja, richtig. Das ist ein guter Anfang. Ich starte Mediums. Also, H? Glaubst du denn, dass du mit dem H zu... Ich weiß nicht, ob das wirklich was nutzt. Ich glaube, du bist dann später, wenn die dann auf Rüft und Reifen sind. Und du auf H bist, du glaube, ein leichtes gefundenes Fressen auf der Strecke. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich was bringt, dich zu Opfern. Ja, aber wenn die dich halt auf der Kranose erwischen, halt schwierig. Also, ich würde dich nicht Opfern. Habe ich auch noch meine Rennpäh zu scheiße, dass es eh was nutzen würde. Habe ich auch noch meine Rennpäh zu scheiße, dass ich nicht auf der Kranose erwischen kann. Ja, ich habe keine Rennpäh zu scheiße, dass ich nicht auf der Kranose erwischen kann. Ähm, soll ich eine 3er probieren? So, das Schlechte, was ich wählen könnte, wäre... 6er. Bei mir in den Hagen kam ich letztes Rennen überhaupt nicht klar. Ich mach die... Ich mach zwei Rote. Ich mach rot-gelb. Ich seh mich da. Ich mach... Warte. Nice. Ich krieg das hin. Ich mach das. Meine Podiumstreak wird heute gebrochen, das finde ich ja ein bisschen traurig. Ich mach das. Meine Einerstreak. Das Ding ist, wirklich da vorne kann ich es nicht. Mich mit der Pässe, die ich auch letzte Woche gezeigt hab. Ich muss riskieren. Weil auf dem Weißen... Du weißt, wie ich da reingeschissen... Du weißt, wie ich da reingeschissen hab. Ihr werdet auch gelb losfahren. Ich weiß da auch nicht, was bei mir smart ist. Ich mein, ich starte in, das finde ich jetzt wieder scheiße. Vor mir ist Maurice, so. Hinter mir ist Markus... Markus Besen. Also hinter mir kommen ein paar. Weiter. Ach du... Der ist auch noch hinter mir. Hat das schon so. Ach. Hm. Das ist ne jute Frage. Aber warum ist er eigentlich nur schnelle? Weiß nur, dass halb... Ähm... Drei Minuten. Ungefähr. Ich geh stepp jetzt. Ja. Ja, ne? Chat, falls ihr dann zuguckt und so. Ähm... Das wird heute ruhiger, als... Man es vielleicht gewöhnt ist. Klar. Weil wir haben jetzt zwei Vollprofis in der Party und nicht Timo und Kalle. Also heute mal kein Copyright. Äh, nicht Copyright hier. Irgendein Strike halt. Ist ganz schön. Also heute ein bisschen entspannt. Das kannst du gern probieren. Aber ich weiß auch, dass es so eine gute Strategie ist. Aha, gut. Maurice. Den kann ich kriegen, theoretisch. Danach kommt ihr alle. Das spricht eigentlich gerade ganz gut für meine Grid Position. Mal gucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab Patrick erinnert mich. Ja, Patrick doch auch. Trotzdem will Patrick wegfliegen. Mitte ist ja auch schon ein Ding über Ausfahrern, Startphase, schwierig. Müssen wir drüber reden, was da, oder? Ach so. Okay, ist ihm selber aufgefallen. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Ist halt Maurice, was ich immer mache. Ich hab den Hauptpfeil einbinden. Was soll das denn jetzt heiße? Ich hab den Abfalle einbinden. Ja, das ist auch das, was ich schon mal Probleme hatte in der Startphase mit Bremse. Dann passiert sowas wie letzte Woche, wo ich Ei rausgekegelt hab. Wohin findest du das ja wieder vor mir, ne, unfasselt, naja, das kann mies ändern, ja, das ist recht eisig, ich mach's lieber. Äh, auf den Strand. Okay, grün ist in Ordnung. Ja, 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 wichtige Meter, wichtige Meter. Jetzt hab ich mich auch schon ein bisschen da längst, ich konnte dann keinen fahren. ... 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 Ich hab dich nicht gesehen Ja, Fütze Virtuelle Safety Car Phase endet, Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten VSC endet, auf grüne Flaggen warten Lass drüben, lass drüben, lass drüben Ich geh Box auf Mediums Wir haben viel Energie gesammelt, verwende die Überholtaste Grüne Flagge Ja, der kam rejse Spät Ich pumpt erst in der Mitte der Kurve. Die Kurve der Kurve ist der Nopee. Jetzt ist es der Rad. Sollte So, jetzt geht's. Und jetzt kommt es noch ein bisschen weiter. Amen. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Kurze Frage, wie lange halten Harte ungefähr? Weißt du das jemand? Uuuuh, 16 Runden. Wenn du gut bist, 18. Lohnt sie noch nicht nach? Man könnte durchfahren, wenn man Fingerspitze gefällt. Dann darf ich draussen. Ich glaube, viele werden versuchen, nochmal ein Softrum zu nehmen. Die werden die Medien offenbar jetzt nicht durchsehen können. Ne, ich bleibe auf den Mediums. Ich muss durch das Feld versuchen zu fliegen. Ja... Mal gucken. Es kommt wirklich auf meine Position an. War Minhaan nicht so gut. Hat man eben gesehen. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Mediums relativ lang ziehen kann. Die Microspace-Intiligente ist vor mir. Das ist doch nicht so gut. Da sind wir jetzt. Hier gibt es die Aufwand. 13 Du bist P3, ne? Deswegen ist das so still so Der Wind ist in der Wand gekracht. Oh Gott. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Der Tor hat sich gedreht. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann, gib weiter Gas. Die Batterie sieht gut aus. Du kannst überholen aktivieren. Die Batterie sieht gut aus. 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 Das DAS wurde aktiviert, DAS ist hier verabschiedet. 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 DAS DAS ist hier verabschiedet. 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 DAS 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 ist hier verabschiedet. 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 Sollte ein großartiger Wunsch, um die Zeit war besser als wir dachten bleibt dran ich will gerade auf Patrick auf ich habe überlegt ob ich bis zur Runde 19 ziehe und dann aufs auf gehe hier Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und die Reifen fühlen sich nur halbwegs gut an. Es gab einen Zwischenfall mit Trimmerteilen auf der Strecke. Ja, das ist scheiße. Ja. 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 Okay. Ich muss was trinken. No Kimi, we have not to drink. No Kimi, we have not to drink. Was ist? Was soll denn der Scheiß, Junge? Was soll der Scheiß? Okay, nice. What the fuck? Promfo geschah, Damage? Nee. Das war nur Bullshit, Alter. Na, am Platz halt, ne 2. Das war ja volle Kanne. Also, der muss ein Netcode-Fehler sein. Ich habe ja kein Damage. Netcode müsste es dann sein. Bei Netcode-Fehler sind ja wieder in F1, weil ich mein Gott liebe dieses Game. Ja, schau dir meine dann an. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Ich habe nur hinten was krachen gehört und dann, ja. Ja, verzieh dich. Ja, dann scheint es wohl kein Netcode zu sein, wenn er dich jetzt vorbeilässt. Da glückt das... Dann hat er einfach nur gepennt. Der hat Schwein, dass es Eid nur Eid war, der mich hier überholt hätte wahrscheinlich, ey. Der hat Glück. Ja. Oha. Was? Boah! Was? 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 Das ist Marsi Das mach ich grad schon extrem langsam, also langsam wie davor Ja Auf den Verstand Oh da, ich war jetzt grünen, langsam gemacht Oh, Keramik schon gut geblockt, also fair geblockt Aber gut verteilt Die Batterie ist gut aufgeladen, wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 7,0 Sekunden Die Batterie ist gut Das ist gut Dann habt ihr irgendwas gekracht? Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das war's. Das war's. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. Gut gemacht, super überholt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,0 Sekunden. Okay, du liegst 5 Sekunden hinter deinem Vordermann. Sieh zu, dass du aufschließen kannst. Okay, das war's. Okay, das war's. Das Auto hinter dir fällt zurück, eine Lücke bildet sich. Okay, das war's. 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 Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,5 Sekunden. Okay, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020